Hi, ich bin Millie vom St. Georg. Marstall hat uns ein sehr großes Paket zugeschickt und das packen wir jetzt einmal zusammen aus. Und zwar hat Marstall was Neues rausgebracht. Wenn ihr euer Zusatzfutter kauft, kennt ihr das sicher in diesen großen Eimern. Und vom Force kennt ihr das auch schon in diesem Nachfüllpack. Jetzt könnt ihr das Aminomuskel und den Hufregulator auch im 10kg Nachfüllpack kaufen. Das ist ein super Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit im Pferdesport. Denn man spart auch 85% an Verpackungsmaterial, wenn man diesen einmal aufbewahrt, sich dann dieses Päckchen holt und dann einfach umfüllt. Und das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Beim Aminomuskel spart man, wenn man die Nachfüllpackung kauft, um die 20 Euro und beim Hufregulator um die 10 Euro. Ich fülle euch einen der Säcke jetzt auch einmal als Beweis hier ein. Falls ihr diese drei Zusatzfuttermittel noch nicht kennt, erzähle ich euch auch gerne was darüber. Der Hufregulator eignet sich super als Unterstützung für Pferde mit spröden oder weichen Hufen. Und die Rezeptur ist seit kurzem getreidefrei. Auch das Aminomuskel ist seit letztem Jahr getreidefrei und das fördert einen raschen Muskelaufbau und eine verkürzte Regenerationsphase. Und zu guter Letzt das Force. Das ist eines der beliebtesten Mineralfutter und hat schon seit Jahren kein Getreide. Dieses Futtermittel versorgt die Pferde einfach rundum mit Mineralstoffen und Vitaminen. Wichtig bei allen drei Futtermitteln, da man sie ja über eine längere Zeit füttert, ist trotzdem, dass es in einen dieser Eimer umgefüllt wird. Wenn ihr also neu mit einem Produkt anfangt, kauft erst einen Eimer und danach die Nachfüllpackung. Das ist einfach, um den Verderb durch Feuchtigkeit oder Ungeziefer zu vermeiden und die Inhaltsstoffe darin zu schützen. Wenn euer Händler die Nachfüllpacks nicht auf Lager hat, dann fragt gerne einfach nach und lasst sie bei der nächsten Lieferung mitbestellen.